Moin Freunde der Nacht, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, heute mal eine kleine News-Folge. Wir haben ein paar wichtige News zu besprechen in Bezug auf WoW Classic und bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass es anscheinend in der asiatischen oder chinesischen WoW-Version, wie auch immer, ein WoW-Token in WoW Classic gibt. Und es ist noch nicht ganz geklärt, ob dieses Token quasi auch auf den amerikanischen und europäischen WoW Classic-Servern kommen wird. Ich wollte es nur kurz ansprechen an der Stelle. Ich finde es schon ein wichtiges Thema. Ich würde es nicht so gut finden, wenn man letztendlich Gold kaufen könnte für echtes Geld. Es ist ein sehr kritisches Thema, finde ich. Und ich würde mich, ja, schon so ein bisschen ärgern, wenn wir das irgendwie dann auch in WoW Classic in Europa und Nordamerika bekommen würden. Gerne auch mal eure Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare rein. Aber gut, lassen wir mal diese, ja, leichten negativen Nachrichten beiseite und kommen zu einer positiven Nachricht. Und zwar gibt es jetzt quasi einen offiziellen WoW Classic Test-Server. Der europäische Community-Manager Kavex hat hier quasi angekündigt in einer News im Forum, dass es quasi ein WoW Classic-PTR gibt. Und dort werden quasi die Sachen getestet, die in Zukunft im WoW Classic kommen werden. Und da kann man momentan auch schon das Arati-Becken anspielen und anscheinend auch in ZG reingehen. Das werden wir gleich mal live hier auch nochmal versuchen in dem Video. Bevor wir auf den Server draufgehen, nochmal kurz die Info. Das Arati-Becken, also ein neues Battleground, das kennt vielleicht der eine oder andere von euch auch, wird am 10. März quasi in WoW Classic freigeschaltet. Das bedeutet, in ungefähr eineinhalb Wochen haben wir ein neues BG am Start, Leute. Und außerdem wird ja auch noch gesagt, dass quasi Zulgurub und die Nightmare-Dragons, also Tera, Amorous und so weiter, im April kommen. Ja, und jetzt habe ich schon wieder einige Kommentare gelesen hier und natürlich werden noch einige von euch jetzt wahrscheinlich unter das Video schreiben. Kommt zu früh und so weiter und ich kann es verstehen, ja, es fühlt sich vielleicht ein wenig gerusht an, aber letztendlich muss man einfach sagen, dass das Zeitfenster quasi von Zulgurub und auch vom Arati-Becken im Grunde genommen gleich sind, wie es halt im originalen WoW Vanilla auch war. Von daher, da kann man sich eigentlich nicht drüber beschweren, dass es an der Stelle hier gerusht wird. Natürlich kann man sich trotzdem drüber unterhalten, ob man mit beiden Sachen vielleicht noch etwas hätte warten können. Nur das kann ich schon verstehen. Gerade war irgendwie BWL-Release ein riesiger neuer Raid, so eine Art. Und jetzt wird hier direkt die nächste Sache angekündigt. Aber letztendlich, also wie gesagt, meine Meinung zu der ganzen Thematik ist einfach, das Arati-Becken ist quasi einfach ein zusätzliches BG. Das ist jetzt irgendwie nicht mega schlimm, wenn es ins Spiel kommt irgendwie. Ich finde es ehrlich gesagt eher positiv, weil das Arati-Becken ist für mich eigentlich mit so das BG, was mir am meisten Spaß macht. Also in Warzone so unter der Flagge hinterher habe ich irgendwie noch nie Bock drauf gehabt. Und von daher, das finde ich überhaupt nicht schlimm eigentlich. Dann haben die PvP-Spiele einfach noch ein BG mehr. Das finde ich nicht schlimm. Und vor allem auch die Stammgruppen. Wir können dann auch mal 15 Mann Stammgruppen machen. Und achso, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Übrigens, dass quasi die Altrak, Arati und Warzone Wochenenden werden quasi auch kommen. Ja, das Battleground Holiday System. Dann kann man quasi, also dann ist am Wochenende einfach der Ruf und auch die Ehre, mich der Meinung, in dem BG erhöht. Das ist immer eine coole Geschichte. Dann stehen so extra Anmelder von dem jeweiligen BG in Hauptstädten und da könnt ihr euch dann quasi das jeweilige BG anmelden. Das ist eigentlich immer eine ganz coole Geschichte. Und zu der Sache, dass Zulgurub und die Weltdrachen, also die Nightmare-Drachen kommen, das finde ich, wie gesagt, im April auch vollkommen okay. Also das muss man wirklich auch verstehen. Zulgurub kam, auch im originalen Vanilla, relativ zeitnah nach Blackwing Lair. Und Zulgurub ist auch im Grunde genommen keine wirklich neue Progression Inni, also kein neuer Progression-Rate. Man hat nicht wirklich einen Update über das BWL-Gear. Also das BWL-Gear ist immer noch stärker als das ZG-Gear. Aber in Zulgurub kann man einfach so ein bisschen aufholen, wenn man vielleicht später mit dem Spiel angefangen hat. Man kann sich den ein oder anderen coolen Enchant holen. Es ist einfach, oder die Mounds zum Beispiel, es ist einfach eine coole Inni, die man eben auch noch machen kann. Es ist einfach ein cooler, weiterer Inhalt vom Spiel. Und ich finde es gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, dass man den jetzt irgendwie quasi auch implementiert und hier nicht noch irgendwie, weil wir quasi jetzt WoW Classic haben, sagen, okay, nee, wir wollen hier noch ein bisschen extra lange warten. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob man jetzt vielleicht noch, wenn man jetzt schaut, okay, dementsprechend müsste dann irgendwie natürlich auch AQ irgendwann kommen, Naxxramas auch noch. Sind wir dann vielleicht 2020 so in der Art schon quasi zu schnell durch mit WoW Classic? Aber das finde ich eigentlich nicht. Also gerade in Bezug auf Zulgurub und auch auf die Worldbosse, wodurch vielleicht auch einfach so ein bisschen mehr Aktivität in der offenen Welt wieder stattfinden wird, weil man da einfach auch natürlich dann Raids für formieren muss und da die Weltbosse umklatschen und so weiter. Also ich finde es eigentlich alles vollkommen okay. Und ja, schreibt mir gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare rein. Fühlt es sich für euch zu gerusht an oder seid ihr okay damit? Ich finde es eigentlich beides sehr schöne Nachrichten. So, jetzt wollen wir aber nochmal quasi auf den Test-Server drauf gehen und dafür gehen wir quasi hier mal in-game und zwar, es gibt zwei Stück und ich bin der Meinung, die sind beide in Amerika. Das heißt, wenn ihr da von Europa aus zugreift, dann habt ihr einen relativ hohen Ping. Wir gehen hier mal auf den PvP-Test-Server drauf und man kann sich quasi hier unter Charakter kopieren und dann wählt ihr hier eure Region aus und euren Server. Dann könnt ihr euch quasi hier einfach eure Chars auf den Server drauf kopieren. Ich habe mir auch meine kompletten Allons hier schon wieder drauf kopiert und so kann man dann quasi auf den Server drauf gehen. Und ja, das Schöne an der Geschichte ist, ihr könnt quasi jetzt hier die nächsten anderthalb Wochen, bevor quasi das Arati-Becken in WoW Classic kommt, hier schon das Arati-Becken anspielen, wenn ihr den gar nicht mehr warten könnt, so eine Art. Also ihr könnt hier quasi einfach hier, ist quasi der Arati-Becken-Anmelder, könnt ihr hier beitreten und wie gesagt, das ist momentan hier halt eine 14-minütige Queue ungefähr. Ich denke aber, die wird natürlich noch runtergehen, sobald auch mehr Leute das hier mitbekommen haben, mehr Leute ihren Char kopiert haben und so weiter und so fort. Genau, also ja, da werde ich vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Stream auf Twitch auch mal hier das AB abchecken. Jetzt gucken wir uns aber nochmal an, ob wir auch in Zul-Gurub schon reinkommen. So, Freunde der Nacht, wir sind quasi hier vor ZG angekommen im Schlingendontal, hier ist der Eingang. Ich habe hier gerade auch irgendeinen Random Hunter entwaltet, damit wir quasi hier einen Raid aufmachen können, weil man muss nämlich in einer Raid-Gruppe sein, damit man hier reinkommt in die Uni und wir werden quasi jetzt hier mal in den Raid reingehen. Und das ist eine coole Geschichte, finde ich, wichtig. Ähm, denn, also wie gesagt, für die Tryhard-Spieler war es interessant, denn ihr könnt natürlich in die Uni schon mal reingehen mit einem kleineren Raid und ZG schon mal ausprobieren mit eurer Gilde, ja, wenn ihr da Bock drauf habt. ZG ist eigentlich auch relativ, ja, nicht schwer, aber schon anspruchsvoll an einigen Orten. Und einfach eine interessante, cool gemachte Uni. Eigentlich müsste man den Chinesen hier oder was ist auch direkt mal rumballern, oder? Komm, wenn wir schon mal hier sind. Ähm. So, Momentchen, jetzt habe ich in meinen PvP gehe natürlich nicht. Wo ist denn mein Scheiß? Wo ist meine Insignia, mein Gott? Ach, habe ich auch nicht die Rangvoraussetzung? Ach komm, egal. Wir machen das Video weiter hier, wir gehen rein. Okay. Also da, hier ist ZG und, ähm, ja, wir gehen mal rein. Joa, wir kommen tatsächlich schon rein. Und genau, ihr könnt hier mit dem Raid reingehen, euch die ganze Geschichte schon mal anschauen, üben, ja, wenn ihr davon üben wollt oder wie auch immer. Oder auch, denn, ähm, das ist auch eine coole Geschichte, wenn ihr Kräuterkunde habt, so wie ich, dann könnt ihr auch schon mal abchecken, ob ihr eventuell die verschiedenen Kräuter hier mit eurem, also die, die, ähm, die Bloodwine-Kräuter, die kann man hier drin looten als Kräuterkundler. Da kann man auch zum Teil sehr viel Gold mitmachen. Da könntet ihr schon mal die Routen abchecken, wie ihr hier quasi das Bloodwine farmt und so weiter. Und auch die Mager werden vielleicht diese Viecher hier wieder AOE farmen, um eben die Bijus zu farmen. Also ja, wenn ihr Bock habt, ähm, diese neue Indie hier einfach mal zu erkunden, dann könnt ihr das auf dem Test-Server machen. So, und bevor wir das Video hier beenden, schauen wir natürlich auch nochmal hier bei der, ähm, Insel hier, aber der ZG-Insel vorbei, Insel Yoyamba, ähm, die ist auch wichtig für ZG im Grunde genommen. Hier könnt ihr dann mit eurem Ruf verschiedene Items kaufen, ihr könnt hier Rezepte kaufen, ihr könnt, ähm, hier dann auch die Trinkets und so weiter herstellen, die ihr hier in ZG bekommen könnt, ne, verschiedene Gear-Upgrades hier. Schauen wir gerade mal rein. Und ich habe eben gerade schon von jemandem hier die Info bekommen, dass anscheinend die, äh, Mana-Öl- und Zauberöl-Rezepte nicht hier, ähm, zu kaufen sind, die man aber eigentlich, äh, hier kaufen sollte mit Phase 4. Das könnte bedeuten, dass wir die, ähm, Wizard-Oil und, äh, also die Mana-Öl- und Zauberöle, dafür, die eben die großen, äh, Brilliant Shards brauchen, erst mit Phase 5 tatsächlich erwerben können. Ähm, schade. Ich dachte eigentlich, dass ich damit so ein bisschen Kohle machen kann, weil ich mir nämlich schon die großen glänzenden Splitter so ein bisschen angeschafft hatte dafür. Ja, natürlich können wir hier die, ähm, Blutreben-Sachen kaufen, die dann für die Phase-Erebus sein werden, aber anscheinend, äh, hier ist nix von den Mana-Ölen zu sehen. Immerhin haben wir hier den Magier-Blut-Trunk. Ja, kommt eventuell, also erst mit Phase 5. Und genau hier haben wir die Schmuckstücke und die Münzen und so weiter. Hier kann man quasi dann die Ehren-Münzen abgeben und hier die, äh, quasi, äh, einzelnen, äh, ja, Münzen, die in Zulgerup droppen. Und bei, äh, bei dem Altar da hinten kann man eben dann die Bijus zerstören und dafür eben auch Ruf bei ZG bekommen, denn der Ruf ist auch relativ wichtig, denn ihr bekommt hier, ähm, neue Enchants in Zulgerup, die auch sehr, sehr stark sind. So, Freunde der Nacht, das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick hier gefallen. Äh, wie gesagt, viele Updates kommen auf uns zu, Arati-Becken, wir haben PPR, Zulgerup kommt, die, äh, Weltdrachen, Tera und so weiter kommen auch, nach denen habe ich jetzt nicht gesucht hier, äh, aber ich denke mal, die werden dann auch kommen, ähm, im April und, äh, ja, sagt mir gerne mal eure Meinung zu den ganzen Themen und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen und in dem Sinne freue ich mich wirklich, denn ZG und auch die Weltdrachen sind einfach wunderschöne Inhalte für WWE Classic und in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video, euer Diffiler, ciao, ciao.